In diesem Video geht es um selbstleuchtende und beleuchtete Körper. Selbstleuchtende Körper sind Körper, die, naja, sagt der Name schon, Selbstlicht erzeugen. Und diese werden manchmal auch als Lichtquellen oder Selbstleuchter bezeichnet. Die Sonne stellt für die Menschen die wichtigste Lichtquelle dar. Es gibt allerdings natürlich auch noch andere, wie zum Beispiel Lampen, Flammen, Fixsterne, Glühwürmchen oder Kerzen. Naja, natürlich Kerzen nur, wenn sie dann auch an sind. Die meisten Körper sind jedoch nicht selbstleuchtend und man bezeichnet diese dann als beleuchtete Körper oder auch als dunkle Körper. Zum Beispiel Menschen oder ein Buch, also in seiner gedruckten Form, nicht auf dem iPad zum Beispiel. Eine Badewanne, sofern sie keine Lämpchen eingebaut hat. Holz, Wasser, der Mond wird angestrahlt, leuchtet also nicht selbst. Oder auch Planeten. Um noch einmal den Unterschied klar zu machen, ein selbstleuchtender Körper erzeugt Selbstlicht, ein nicht selbstleuchtender Körper reflektiert vorhandenes Licht.